Und damit herzlich willkommen zurück zu... Ich bin noch gar nicht soweit. Let's play World War Z. Ich bin noch gar nicht soweit. Naja, ich hab ja auch nichts gesagt. Ich hab ja nur gesagt, wir starten schon mal. Das war eigentlich dein Einsatz. Achso, Entschuldigung. Hoppas. Ich sehe aus, als wäre ich schwanger, ey. Ich würd gern das Aussehen ändern. Ja, warum passt das auch? Wenn du aussehst, als wärst du schwanger. Hier, anpassen. Aussehen. Wieso kann ich das aussehen? Ich brauch dafür Münzen. So, warum... Du hast nicht genug Herausforderungen. Und wie krieg ich Herausforderungen? Ah, klar, musst du verdienen. Oh, Mann. Ich würd sagen, machen wir nur eine Mission und dann machen wir mal Herausforderungen, damit wir diese Münzen sammeln können. Oder wollen wir jetzt Münzen sammeln? Ich hab schon welche. Ich hab schon 350 oder wie. Aber nicht von den blauen. Achso. Von den Gelben davon hab ich mir gerade meine... Meine Klasse hier, ähm... Wie heißt das mit dem Waffen jetzt, was wir gerade spielen? Ähm... Hier. Angreifer. Ähm... Äh, die Klasse. Revolverheld, so rum. Da hab ich mir gerade so ein paar... Ja, da bin ich jetzt level 0. Perks freigeschaltet. Ich hab jetzt Bustler auf 3. Achso, ich muss bereit wählen, ne? Ja, wollen wir noch eine Folge von New York spielen? Also, Part 3 von 4? Oder wollen wir erstmal Herausforderungen spielen, damit wir die blauen Münzen sammeln können? Nee, komm, lass die Folge weiter spielen. Alles klar. Bin grad im Flow. Alles klar. Warte, ich will nur was gucken. Rang 1, Rang 2, Rang 1. Okay. Ja. 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 Bereit. Hallo und herzlich willkommen. Die Folge läuft schon, ja, jung. Ich weiß. Erreichen... Erreiche das Evakuierungszentrum. Kapitel 3. Komme, was wolle. Yes. Gefällt mir, das Spiel. Ja. Ja. Es sieht gut aus. Es läuft bei mir auf Ultra. Ich weiß gar nicht, auf was ich das habe mit den Zombies. Ob da... Wie viele da animiert werden sollen. Ich glaub, ich hab das auf normal. Kann man das auch einschalten? Man kann das auf extrem stellen. Das ist schon extrem. Ja, Animierung. Also, dass tausend Zombies animiert werden. Ich hab da schon gefühlt tausend Zombies. Ja, aber wahrscheinlich alle... Jeder fünfte der gleiche. Hör, 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 Kuss, oder... ... soll ich nur kürzlich sehen, wie du dich aufhören möchtest? Silenz ist dir bestätig. Hab Spaß mit deinen Trainern, Nutcase. Okay. Das einzige, was ich aber gerade jetzt mal gucken möchte, ist... Warum bei mir... Äh... Zielbildschirm 1. Was hab ich für ne komische Startwaffe? Die ist ja mal richtig schavül. Die hab ich gar nicht gewillt, man. Alter, ich hab so ne Panda-Bären-Waffe. Guck mal. Zeig mal. Was ist das denn? Oh, wie geil. Wo hab ich die denn jetzt her? Wie geil. Die hab ich gar nicht... Irgendwie ist das alles sehr komisch. Wieder nur am meckern, der Junge. Pass auf, der steht auf. Wer? Der Zombie hier unten. Guck mal, jetzt kann ich bis der Granaten nachfüllen. Ja. Bis der Granaten nachfüllt. Ach, ach. Was bist du denn jetzt für ne Klasse? Bist du immer noch... Geh mal auf, ihr Volver-Held. Ach so, okay. Ich geh einfach mal die Treppe hier runter, ne? Ja, ich seh da schon. Du machst so einfach. Ja, da ist noch keiner. Na. Die wachen gerade alle auf hier auf der Straße. Hm. Boah, wie die jetzt einfach zerfetzt werden. Hm. Das ist cool. Hey, wer hat mich angeschossen? Die kommen hier. Überall her, Mann. Help me. Wo bist du? Schlick. Bist ja nicht so, dass das angezeigt wird, ne? Ja, wenn ich in eine andere Richtung gucke. Ich bin ja nicht so angezeigt, ne? Hier ist ne Kiste. I'm burn, burn, burn. Kann man mich irgendwie löschen? Ups, die läuft direkt mal mit. Ich hab nen Doorbuster mit. Boah. Erstmal abgeschossen. Irgendwas, nein, hier gab's nix. Oh Gott. Erreichen. Quatsch. Voll in die Fresse. Munition nachfüllen. Zack. Warte, warte, ich hab ne Sprengladung gefunden. Ja, dann mach erstmal. Jo. Soll's vielleicht nicht direkt davor stehen bleiben. Ja, ja, ja. Uuuu. Gut genug. Ich hab ein paar Defensoren. Von den gelben. Hochspannungsverteidigung. Ja. Wo ich die zwei einsetzen kann, weiß ich nicht. Ich schau nicht. Hallo, Zombie. Jetzt kommt mit meiner Machete. Bam. Bam. Hier ist wieder der Zug übrigens. Lass den Duft mal da draußen, ey. Ich fühl mich grad wie bei der Ex-Hende-Belch mit der Waffe. Boah, Alter, wie der kommt? Sie ist euch geflogen. Jo, da war jemand mit der Bombe, ey. Ich hab den noch Machete. Boah, ich muss mich eh... Der ist infiziert. Boah, ich seh nix mehr. Jo. Ja, alles klar. Ja. Okay, komm hier in den Zug. Help mich schnell. Ich hab so'n komischen Hunter wieder auf mir. Merci beaucoup. Da ist so'n Schreier wieder. Wie kannst du nicht, wenn ihr die Tür aussprengt, falls du eine Sprengladung hast? Ich hab keine Sprengladung mehr, leider. Oder? Nein, ich hab leider keine mehr. Klatsch, klatsch. Schön, den Kopf weggeschossen. Ich kann die Türen hinter mir zumachen. Und eine Tür geschlossen. Ich auch. Was machen wir so mal zu? Ich glaub, da müssen alle zu... Hey, there's a tunnel under the tracks. Nothing like tight spaces for fighting Zeke. Boah, ich muss mich mal kurz heilen. Ich quere das Depot. Kriegen wir den? Wie kann ich's da wieder aufmachen? Und wie kann ich's da wieder zumachen? Was ist so behindert? Hier, komm her. Wir müssen hier runter. Ist da am Ammunition drin, ne? Ne, hier ist gar nix. Oh! Dafür müssen wir die Gleise aus. Oh, jetzt kommt wieder, ah, da kommt ein Fettsack. Verloben. Nein. Junge, 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 Junge. Das ist geil, das Spiel. Das ist echt geil gemacht, Mann. Da ist der Typ mir schön mit der Bombe. Und die Schrotze, das ist wahrscheinlich nicht. Wow. Doch, ich brauch nur Ammunition gerade. Hier liegt ne Schrotze. Ja, aber das ist primär. Jetzt hab ich keine Maschinenpistole mehr, ne? Wo müssen wir denn? Je nach da. Hier. Oh, warte, ich nehm die Maschinenpistole mit. Bis die Panda-Bär-Waffe haben. Ne, ne. Die passt zu deinem Outfit. Hm, das stimmt allerdings. Oh, ich hör's schon wieder. Aber die ist gar nicht so schlecht. Ammunition ist hier. Du bist ein Schleicher. Das wird tut, okay. Ammunition ist hier, ne? Ja, hab ich schon. Okay, alles klar. Komm, ich schlafe. Wir müssen hier runter, wirklich. Wirklich. Man kann hier in den Zug rein, ne? Hm. Da müssen wir auch, glaub ich, rein. Warte, hier ist noch irgendwas drin. Granatwerfer oder irgendwie sowas. Ja, nimm's mit. Ich hab ne Sprengladung. Okay. So ein Dur-Buster. Wie findet man die viel zu wenig? Hm. Hochspannungs. Kann ich da unten platzieren. Okay, das ist gut. Warum leuchten hier die Sitze so komisch blau? Oder bilde ich mir das nur ein? Warte, jetzt bilde ich mir nur ein. Was bildest du dir ein? So, ich kann hier ein Hochspannungs machen oder da hinten? Ich mach's hier mal, ja? Mach. Mir. Nee, sagt er die Hose. Ich hab's da jetzt mal gemacht. Da laufen die dann drauf, wahrscheinlich. Ach so. Hier ist wieder eine gelbe Kiste. Automatisches Geschütz. Ja, ich hab auch eins. Wo positionierst du das da? Dann positionier ich eins hier in der Ecke. Wo ist wieder angekotzt? Hinter mir, Jukka, hinter mir! Ich muss mich desinfizieren. Ich seh nichts. Hilfe, ich seh nichts. So. Oh, hier ist wieder eine Kettensäge, ne? Mhm. Und hier sind... Ah, geil. Hier kannst du die Panda-Bärbenwaffe haben. Äh, krieg ich gar nicht. Wieso kriegst du die nicht? Das ist nur das Hauptge... äh, das Gewehr, die Maschinenpistole oder die Schrotze? Hm. Warte, ich mach mal eben die Spendenladung hier dran, ja? Ja. Uh. Ich nehme die AK. Ne! Ich nehme das Gewehr hier, Kampfgewehr. Nice. Jetzt hast du da die Panda-Bärwaffe doch hingetan. Echt? Hattest du? Ja. Okay. Ah, ja, ja. Wie komme ich nur da hoch? Ah, hier. Hier liegt da oben im Wasser, dass es ein Regenspumst wäre. Ach, hier liegt die Schäden im Gehen. Ach, warte, da ist noch eine gelbe Kiste. Ich weiß nicht, was passiert ist. Du hast es auf Interagieren gedrückt, ne? Ja, hab ich. Da war nämlich noch eine gelbe Kiste gegenüber. Okay, Entschuldigung. Okay, scheiße, Mann. Zum Rückkammer da unten aber trotzdem noch die Maschinengewehre. Versuch, zu der gelben Kiste eben zu gelangen. Ja. Schnell, Junge. Zum Glück ist der Stromzaun da. Hast du den da eigentlich hingelegt? Nein. Warst du bestimmt, oder? Ne, ich hab den hinter uns hingelegt. Was war da drin? Ein Granatbeerfahrt, oder was? Nein, den hab ich vorhin schon dabei. Heavy Phoenix hier links. Was ist der? Was hab ich hier schon wieder für eine komische Waffe? Ach, das ist ein M4. Ein Einzelschuss. Find ich aber nicht so toll. Oh. Ich hab nur noch sechs Schuss, ey. Ah. Alle Geschütze sind leer. Bis auf das eine da hinten. Das läuft noch. Zug bereit. Zum Rammen. Drücke den Kontrollknopf. Hab ich. Oh, scheiße, ey. Ich weiß nicht, wie wir das aufhalten sollen hier. Okay, schnell hinterher, ne? Verlasse das Depot. Ich hol mir nochmal eben schnell eine Mission. Ammonition. Okay, komm, 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 komm. Ich hoffe, ich habe eine andere Waffe. Lieber Kacke. Ich kann dir nicht mehr Rückendeckung geben hier, Junge. Gib du mir mal eben Rückendeckung, bitte. Ich bin dabei. Komm. Okay, let's go. Okay, go, 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 go. Komm rein. Komm, komm, komm. Komm, komm jetzt hinterher. Oh nein, von links und rechts her. Hier ist bestimmt auch einen netten, äh, Verrufmodus. Oh, wir sind weg für das. Stimmt. Dieser scheiß Creeper, ey. Hier ist die Kiste. Ne, geht nicht auf, ist leer. Boah, ja, komm, ja. Immer mehr, immer mehr. Komm her. Wie die da immer stehen bleiben, die Idioten, ne? Mhm. Zum Glück kann uns keiner mehr folgen, ey. Oh, Munition, Munition, Munition. Nice. Ich heile mich mal kurz und nehme mir hier einen Medipack mit. Tito. Shh. Hör den Geräusch. Ich bin gut. Oh, warte, ich heile immer nicht. Das ist eh zu dumm. Okay, nice. Also von hinten könnte jetzt eigentlich theoretisch keiner mehr kommen. Denke ich. Okay, weiter. Oh, Mann. Ja, tut mir leid. Wenn du mir in die Schussbahn läufst, du dumme Nutte. Was kommt auch von hinten? Ja, aber von hinten aus dem anderen Gang. Hält sehr viel aus, der Typ, ne? Läuft hin? Dieser extremen Buddy da. Das stimmt. Ich hab mir nochmal Munition geholt, wenn ich ehrlich bin. Hier, kannst du eine Tür öffnen. Ich hab keinen Doorbuster mehr. Achso. Kannst du nicht spielen? Überhaupt nicht. Hahaha. Immer schön auf die Köpfe zählen. Nein, auf die Bogenkalsister. Guck mal, da hinten. Oh. Okay, ich glaub, wir sollten wirklich rennen. Wie sie gesagt hat. Okay, komm, schnell, Dennis. Gut, dass du A gesagt hast. Oh, Big Buddy. Er hat mich. Stat. Halt, ich muss dich noch kurz halten. Hm. Hier oben ist Ammunition. Hör mal. Ich frag mich ja echt, wie das, äh, auf schwer ist, ey. Das ist so witzig. Okay, das kann... Desinfizieren, desinfizieren. Keine Ahnung, wer das war. Lass mal hier ein paar Zombies killen. Ein bisschen Waffe... Waffen... ...skillen. Hallo? Äh, ich hab... ...mein favoritem Waffen gefunden. Okay, komm, wahrscheinlich keine mehr. Okay, wir müssen weiter hier. Let's go. Ach, du Scheiße. Ey, warum ruckelt das jetzt so? Bei mir nicht. Äh, bei mir schon... Ja, ich hab eben eine Einstellung umgestellt. Wahrscheinlich deswegen. Müssen wir in der nächsten Folge einmal ganz kurz beenden. Okay, komm. Wir müssen auch da hinlaufen. Oh, Artillerie, ne? Ja. Das sieht nicht gut aus. Die Armee hat vielleicht den D-Rat-Pointer. Die Armee hat die Autoturreter. Wir schafften sie und sie werden unsere Armee verletzen, wenn sie nicht gewählt haben. Oh, ich bin mal umschiedet. Ich muss irgendwie hinter die Abwehrsysteme kommen, wie ich jetzt Hinter uns kommen Zombies, I help I need help I mean it Ich muss mich rein, sonst bin ich gleich tot Okay, ich bin auf jeden Fall hinter die Dinger gekommen, ich heim mich auch mal kurz Warte, du kannst die Geschütze erobern Okay So, das habe ich getan Hier ist nochmal Hier ist auch nochmal irgendwas Er ist erreicht Oh mein Gott, sie hatten keine Ahnung, wo zu gehen Wir müssen einen anderen Weg finden Finden Sie eine Fluchtmöglichkeit Hier, das Boot Hier ist Munition Und da ist das Boot Ja, hier ist Munition und jede Menge Verbandzeug Kann man hier noch irgendwas looten, gelbe Kisten oder so Hier kannst du nochmal was aufspringen Ich habe ja nichts mehr Wow, 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 wow Lass mal zum Boot, los, los, los Ich habe überhaupt nicht integriert Interagiert Wir müssen das Boot ranziehen Die Fähre Okay, ich zieh es ran Irgendwie kommt das nicht. Hast du den Stromzaun da vor uns gelegt? Ja. Sauber. Sehr gute Idee. Ja, da hinten liegt aber auch noch eine gelbe Piste. Versuch mal eben schneller hinzukommen. Na, ist eine Anfrage, auch nicht schlecht. Ja, mach mal, vorne hin. Hab ich. Oh, ich sehe es schon. Oh, Gott sei Dank, die Fährer kommt mir her. Das ist noch neckelste. Warte, ich will eben gucken, was das für neckelste ist. Oh. Schlechte Idee. Ich komme wieder zurück. Wenn du mir in die Schussbahn läufst, Mädel, ist er aber schuld. Junge. Oh, Fährer, komm schneller. Oh, Gott, rechte Seite, Dennis, guck mal. Ja, ich sehe es. Mir gibt die Muni langsam auf. Mir ist die Muni ausgegangen. Oh, nicht mehr lange. Ah, schon wieder interagieren. Der Motor ist ausgefallen. Zum Glück habe ich das gerade gesehen. Dennis, komm zurück. Ich kann dich nicht holen. Alles gut. Oh, nein. Oh, nein. Und, Mörder. Gehe den Signal für die Arte. Ich brauche Munition, ey. Ich habe keine Munition mehr. Wirklich nichts. Ihr ist eine Munitionskisse hier. Ja, warte, ich habe noch ein anderes Gewehr. Ich habe noch das Gewehr. Wow, help me, Dennis. Hier bei uns. Ich komme, ich komme. Boot ist da. Leute, ich will ja nicht meckern, aber kommt bitte auf das Boot. Die Box kann ich nicht. Oh, das hätten wir nicht überlebt. Da, guck mal. No, quatsch. Sieg, Leute, Sieg. Nice. Nice, nice, nice. Ja, Leute, das war Kapitel 3 von Folge 1. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao. Bis zum nächstenăn. Gehtется da. Teilionalem. Tschüss. 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 Ha kaz alleged. Tschüss. James. Tschüss. tumorz. Tschüss. där.